Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute gibt es ein paar News, denn es wird sich ein bisschen was auf dem Kanal ändern und zwar, Mittwochs kommt ein neues Format, ja genau, heute, das soll aber später mehr und am Freitag kommen die japanischen Werbungen und am Montag kommt die komplette Baumi-Folge, also sozusagen und heute Mittwoch, was passiert heute? Da ist was ganz Tolles für euch, denn jetzt kommt die Neuigkeit für Mittwoch, ab Mittwoch gibt es jetzt eine Challenge, denn ich werde besiegen, wir haben uns vorgenommen, ein halbes Jahr gegeneinander eine Challenge zu machen, was für eine Challenge? Eine Fitness-Challenge, denn wir sind beide einfach zu fett, Ben, du bist zu fett, ich bin zu fett und dann haben wir gedacht, jetzt gibt es doch Small, wir machen eine fette Challenge, was dann eigentlich der Sieger hat, außer einem geilen Buddy, werden wir mal noch erörtern Aber vielleicht lädt ja einfach der Verlierer den Gewinner zum Essen ein oder so, keine Ahnung Auf jeden Fall möchte ich euch jetzt schon mal auf den neuen Stand der Dinge bringen, denn ich bin natürlich auch viel zu dick Ja, man sieht es, ich bin wirklich zu dick und einige Bilder wie dieses oder dieses wunderschöne Stück haben es mir bewiesen Ich habe mich natürlich erstmal gewogen und gemessen, damit wir einen Standardwert haben, von dem wir ausgehen können Und der Gewinner, der prozentual mehr abgenommen hat, denn man startet ja woanders, der gewinnt das Ganze Als ich mich auf die Waage gestellt habe, bin ich erstmal richtig erschrocken, weil ich 93,8 hatte, habe dann aber gemerkt, okay, die Kamera hat ungefähr 800 Gramm Minimum Und deswegen würde ich jetzt sagen, wir gehen von dem Standardwert aus 93 Kilogramm 93 Kilogramm ist ein ganz schönes Stück und mein persönliches Ziel bis zum Ende der Challenge sind ungefähr, also laut BMI ist mein perfekter Wert 73 Kilo Ja, man glaubt es gar nicht, aber 73 Kilo Ich habe mich auch gemessen und der Bauch, ähm, der dicksten Stelle hat 108 Zentimeter, ganz schönes Stück und da sammelt sich bei mir nicht auch das ganze Zeug Ähm, meine Arme sind echt komischerweise gleichmäßig trainiert anscheinend, denn ich habe 35 Zentimeter und 35 Zentimeter Das bedeutet wahrscheinlich, ich wichse mit beiden Händen Nein, mache ich nicht, aber keine Ahnung, wie ich das geschafft habe Weiter geht es mit den Beinen, die Beine haben 62 Zentimeter, auch beide sehr gleichmäßig Auf jeden Fall wird ab jetzt bei Ben Wons Beer auf dem Kanal jeden Freitag auch ein Video erscheinen, das sozusagen auf mein Video reagieren wird Und ich bin schon ganz gespannt darauf, was Ben dazu zu sagen hat Es gibt tatsächlich Esel und Kühe und Katzen und Hunde und Kühe und Katzen und Hunde und Esel und Hunde und Neukühe und Katzen und Hunde und vielleicht finde ich noch mehr Getieren Esel und Kühe und Katzen und Hunde und ich möchte mich hier auch im Dunkeln verirren wollen, weil weit und breit sehe ich ehrlich gesagt keine Esel Und es ist schön cool und sogar also diese Teilmoderne mit diesen Rundeanlagen und das Was für Startwerte er jetzt auch mitbringt in das Ganze und dann heißt es ein halbes Jahr Ich hasse dich, weil ich abnehmen muss und gewinnen muss Mein Training in der ersten Woche oder mein Ziel ist erstmal jeden Tag mit dem Fahrrad mindestens eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde zu fahren Dabei werde ich mich mit diesem wunderschönen Drehtesel vor dem Fernseher bewegen und jedes Mal ein oder zwei Animes schauen Ha! Wie perfekt! Das heißt eher aufstehen, viel Wasser trinken und los geht's Übrigens möchte ich auch ab jetzt drei Liter bis vier Liter am Tag trinken Das heißt man rennt natürlich die ganze Zeit aufs Klo, aber hey es ist wirklich gut für einen und als ich das schon mal gemacht habe, habe ich gemerkt, hey dir geht's wirklich wirklich besser So ist der Stand der Dinge und ich halte euch auf jeden Fall am Laufenden und schaut unbedingt am Freitag bei Ben Wants Bier rein Abonniert den schon mal, denn da kommt die Antwort auf dieses Video Ich bin gespannt Ben, let's go Bisschen fett